Nein, das ist eine Schatzkarte. Das ist unsere Schaufsache. Ab ins Abenteuer. Die Schatzinsel ist eine Abenteuergeschichte für die ganze Familie. In der gibt es ein Schiff, Piraten, eine Insel und natürlich auch einen Schatz. Die Hauptrolle ist ein Junge, Jim Hawkins, der sich zwischen den Grenzen von Gut und Böse entscheiden muss. Wir sind tatsächlich auf der Suche nach einer Crew, für die Fahrt zu erlösen. Also wir machen es so. Ich besorge euch die besten Männer, die sich in diesem Breitengraden auftreiben lassen. Wir holen Hängematten auf Zeit. Hängematten zu laut. Bis maximaler Getscherzeit. Er macht sich auf den Weg und auf die Suche nach dem Schatz. Allerdings ist bei ihm mit an Bord der Pirat Long John Silver, der seine Identität allerdings nicht preisgibt und von dem der Junge denkt, dass es ein normaler Seemann wäre. Im Laufe des Stückes versucht Long John Silver, ihn auf seine Seite zu bekommen und sich zusammen mit Jim den Schatz zu holen. Allerdings entscheidet sich Jim nachher für das Gute. Wir holen uns die Heide ein. Lüchte den Anker und setzt uns das Kleine aus. Wir werden ein Tod und uns rein. Au! Jetzt hab ich dich, Long John! Der Schatz bleibt auf der Insel! Wenn jeder ein bisschen nimmt, ne? Dann ist es ja kein ganzer Schatz mehr, aber alle haben was davon. Ja, und wenn wir klug sind, stellen wir was Gutes damit an.